Das war knapp, und leider nicht so gut am Ende. Die Eisbären unterliegen den Adlern vor knapp 13.000 Zuschauern. Mehr im Saisonblock. Von Klaus Vetter, Jörg Leopold und Jan Schröder. Viel los bei Eisbären gegen Adler, kennt man ja auch nicht anders. Mehr Artikel. Viel los bei Eisbären gegen Adler, kennt man ja auch nicht anders. Foto. Imago. Plus 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 Berlin schlägt Mannheim im Städte-Vergleich knapp, aber verdient plus 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 Danny Richmond im Gespräch plus 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 Trauer um Lorenzfunk plus 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 Sonntag kommt Mannheim. Und natürlich wieder vorher das Städte-Duell plus 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 Backmann. Backsmann und McQueen treffen bei 3 zu 2 in Ingolstadt plus 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 Bulli besucht Tonja, denn Eisbären halten zusammen plus 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 bei Meister München reicht es nicht plus plus plus. Noch 2012 waren Spiele der Berliner ständig ausverkauft. Nun kommen weniger Fans. Woran liegt das? Plus 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 Spielplan für die Frauenbundesliga steht plus plus plus.